So, ist jetzt Tag 3 im Bootcamp, ist jetzt glaube ich auch schon fast 14 Uhr, bisschen länger heute geschlafen, auch länger gemacht, irgendwie wird es viel Umangst oder so. Ich fahre jetzt mit Evan zum Subray, da war ich noch nie mein ganzes Leben, Digga. Das wird komplett crazy, ich war einfach noch nie im Subray. Jetzt gibt es einfach sowas nicht gewohnt, gefühlt auf dem Dorf oder so. Mal gucken, wie das Essen da schmeckt, wie sie mir sind, wenn wir da sind. So, waren jetzt da mit dem Subray, ich habe jetzt hier was bestellt gehabt, ich habe irgendwas drauf gemacht, ich habe keine Ahnung was, bin echt gespannt, wie das dann wird, auf jeden Fall kein Gemüse drauf, ist ja klar. Ich fahre jetzt wieder zurück und dann probiere ich das und sage euch meine Meinung, ich bin komplett gespannt, wirklich gefühlt. So, ich habe es jetzt hier, probiere ich es jetzt mal, okay, ich gucke mal. Der erste Gedankelein, wenn du so einfällt, ist so ein Sandwich-Maker, ein Sandwich-Maker macht man ja auch immer so Käse und irgendwas, Hähnchen oder so rein, also ich zum Beispiel. Oh, das ist crazy, das ist so dumm, das ist noch nie beim Subray, aber das schmeckt komplett geil, wirklich komplett geil, ist jetzt erst mal auf. Also erste Meinung, auf jeden Fall komplett crazy, loben sich auf jeden Fall für den Preis, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Mal gucken, ich denke, ich mache jetzt auch gleich den Team an und dann geht's los. Wie einige wissen, bin ich auch Partner bei Infinite Cobra, da habe ich jetzt wieder ein Paket bekommen, das öffnen wir jetzt mal, mal gucken, was da so drin ist. Ich nehme auf jeden Fall hier einmal den Black Shaker von Infinite Cobra, den feiere ich am meisten sogar, glaube ich. Lieblingssorte und halt, kriege ich viele Proben, noch einen Shaker, da-da-da-w, an Proben bin ich jetzt auf jeden Fall reich, kann man auf jeden Fall sagen. Drei, zwei, eins. Ihr klebt gar nicht. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ich werde es auf jeden Fall glücklich machen. Ich werde jetzt fertig geschminkt. Ich werde jetzt fertig geschminkt, so sehe ich aus. So sehe ich aus. Ähm, komplett crazy. Was sagt ihr, Smash oder Pest, schreibt es auf jeden Fall in den Kommentaren. Wir schauen uns den Apo-E-Vlog auf jeden Fall. Ähm, komplett crazy, wir haben jetzt auch, glaube ich... Wartet, eine Sekunde, wir haben... Haben wir sie, haben wir sie? 499 Bodenjahrs. Ich folge dir nicht. Sag mal's. Nein. Wir machen auf jeden Fall die Hotchip-Challenge noch. Wir haben jetzt gerade die Hotchip-Challenge aufgenommen. Hier ist alles. Du wirst mal vom PC kommen, wegen Liste, er braucht dich. Ich komme gleich. Das war korrekt crazy, Digger. Bisschen geschminkt, Digger, aber... Dieser scheiß scharfe Chip, Digger. Nächste, aber auf der Letzt wird, glaube ich, ein bisschen hin. Ich habe gesagt, wenn sie das Stück isst, gebe ich ihr Zehner. Sie hat er Zehner bekommen und isst die Letze. Ich bin ehrlich, jetzt nach 10 Minuten geht's wieder. Du hast sie, äh, also quasi gekauft. Hast du sie gekauft? Ich hab sie gekauft. Jeder ist käuflich, jeder Mensch. Jeder. Vor allem so viel. Jetzt hat sie noch gelöten, Alter, warte. Die nächste Sekunde, die nächste Sekunde, die nächste Sekunde. Wie sich da ist vorbei? Habt ihr denn? Steckt ihr im Mund und denkt, sch... Was geht jetzt denn los, Christian? Ja. Und umso früher du schluckst, dann kriegst du mehr Magenschmerzen. Bei mir brennt alles. Digger, ich hab Magenschmerzen, ne? Ich kann gleich so. Ich hab Magenschmerzen. Kein Scheiß hätte. Run. Geh rein. Das ist jetzt schnell. Was löst das nicht, wo mein Leben gestreut ist. Oh. Wollen wir damit über rumklappen? Tut mir leid. Das war die besten 10 Euro meines Lebens. Ich würd's hier diesmal wieder machen. Wir sind jetzt abgeschminkt, alles drum und dran. Wir fahren jetzt zu Meckles, können uns erstmal ein bisschen Abendbrot. Mit dabei, Pads. Hallo. Wir sind jetzt hier bei Meckles. Einfach irgendwo, nirgendwo, mitten in irgendwelchen Wohnungen. Wolkenkratzer, keine Ahnung, was da rum ist. Ja, Pads, auch da. Ich geh jetzt erstmal rein, mal gucken, was da ist. Ich muss ein paar Angebote jagen. Ich hab nur 15 Euro mit, aber es wird schon reichen, irgendwie bestimmt. Ist auf jeden Fall voll. Dauert dann wahrscheinlich ein bisschen, bis wir rankommen. So, unsere Bestellung ist schon da. Pads-Bestellung ist auch schon da. Guckt euch an, das hat mir ein Riesen-Pagetis, Digger. Juni, wir haben echt Großbestellung gemacht. Wir warten jetzt noch, bis Marcos Bestellung da ist. Und dann, äh, gehen wir jetzt mit dem Bootcamp. Wir machen einen kleinen Korn-Bee-Warn jetzt gegen Marco. Ich fang mal direkt an. Wir machen jetzt, äh, weißt du, welche Linie oder so. Ist ein bisschen da dran, aber egal. Mal gucken, was ich da drauf. Wenn man Punkte macht, ganz wichtig. Was ist die Bestellung? Äh, Nacken-Klatscher. Nacken-Klatscher, aber so richtig heftig. Der war nicht schlecht. Oh, der war gut. Der war auch nicht schlecht. Nein. Oh, Alter. Schüttel senkt. Nee, ist nicht. Oh, mein Gott. Ist nicht. Ist nicht. Alter, was? Begreif aber gut, Alter. Digger, was? Aber einfach 12, 9 und 6. Ist weniger. Begreif mir. Begreif mir. Ja, komm mal. Jetzt bist du. Junge, wenigstens. Keine Wiese. Darf mir, darf mir. Wenn jetzt, ich gehe Marco noch ein Billard 1v1 machen. Ich kann das gar nicht. Marco meint, er macht mich komplett fertig. Komplett. Digger, Junge. Was ist denn damit passiert? Der ist einfach... Digger. Bro, chill, 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 chill. Jetzt gerade ist noch Phoebe angekommen. Wir feiern jetzt noch ein bisschen. Ist jetzt, glaube ich, nur Uhr oder so, ne? Und dann wird eigentlich jetzt nur noch entspannt gemacht. Das streamt wird nicht mehr. Hey, sag ich, hallo. Willkommen zu Hause. Oh, Leute, die Jungs, ist going crazy. Haha. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no more. You ain't more than diamond, more than more. As long as I can feel the beat. Men de bellas de cancho al...